In diesem Video lernst du, wieso du nicht mehr meditieren solltest. Viel Spaß damit! Schön, dass du wieder hier bist. Patrick hier wieder. Und in diesem Video geht es um das Thema, wieso du nicht mehr meditieren solltest. So, und vorab sei gesagt, der eine oder andere mag meinen, okay, jahrelang ging es darum, ich soll meditieren, meditieren ist gut und jetzt soll ich auf einmal nicht mehr meditieren. Wie kann das sein? Erstmal, Meditation ist super toll, bringt viel, verändert nicht nur physisch, chemisch gesehen, was in unserem Kopf, sondern natürlich auch psychologisch. Es gibt messbare, nachhaltige, bewiesene Benefits vom Meditieren. Generell ist Meditieren erstmal eine super Sache. Nichtsdestotrotz kann Meditieren, auch wie alles andere im Leben, mechanisch werden. Und wir können uns Meditation als solche vorstellen, als eine Art Stützrad. Wenn du lernst, Fahrrad zu fahren, kannst du aber noch nicht, dann hast du Stützräder, damit kannst du das lernen. Irgendwann brauchst du die Stützräder nicht mehr, kannst trotzdem Fahrrad fahren. Und genau so ist es eigentlich bei Meditation. Meditation, es gibt natürlich hundert verschiedene Arten davon, das ist logisch, aber ist als solches erstmal ein Stützrad zum Etablieren der Achtsamkeit in deinem Leben. Das heißt, Meditation ist nicht das Ziel. Meditation ist Mittel zum Zweck. Du nutzt Meditation, um etwas zu erlangen. Das kann dann sein, mehr Ruhe, mehr Stille, mehr Gelassenheit, mehr Achtsamkeit und so weiter. So, das Problem ist jetzt folgendes. Wir leben in einer Gesellschaft, bei uns im 21. Jahrhundert, hier im Westen, die sehr leistungsorientiert ist. Und viele versuchen diese Meditationspraxis, weil es ist ja jetzt en vogue aktuell, krampfhaft in ihr Leben zu etablieren. Und meditieren dann 20 Minuten am Tag, setzen sich hin, stellen sich einen Timer, finden irgendwie die Zeit dafür. Und nach 20 Minuten meditieren und weiter geht's in den Alltag. So, genau das ist die Krux an der Sache. Meditation bringt nichts, wenn es mechanisch wird. Usho, als einer der bekanntesten spirituellen Lehre, auch einer der polarisierendsten wahrscheinlich, hat einmal gesagt, es bringt nichts, wenn du 20 Minuten am Tag meditierst. Es hätte denselben Effekt, wenn du nur 20 Minuten am Tag deine Augen benutzt. Du musst es den ganzen Tag tun. Und genau das ist der Punkt. Und genau das war auch der Punkt, der in meinem Leben, bezüglich auf meine persönliche Erfahrung, den Unterschied gemacht hat von Tag und Nacht. 20 Minuten am Tag zu meditieren ist toll und es verändert was, wenn du lange genug dran bleibst. Aber den eigentlichen Benefit hast du nicht durch Meditation, sondern durch das Etablieren von Achtsamkeit beispielsweise in deinem Leben. Und damit meine ich in Gänze. Als kleines Ideal oder als kleine Utopie, atme jeden Atemzug, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute bewusst. Rede bewusst, handle bewusst. Wenn du irgendwo lang gehst, um eine Tür aufzumachen, mach das bewusst. Es geht hier um Achtsamkeit den ganzen Tag. Und Meditation bringt nichts, wenn du es 20 Minuten am Tag instrumentalisierst und dann wieder, zack, zurückfällst in alte Muster und weitermachst da, wo du aufgehört hast. Es kann leichte Benefits ergeben, aber nicht in der Fülle, wie Meditation bzw. Achtsamkeit viel eher eigentlich bewirken kann. Deshalb, mein Tipp an dich. Meditier gerne zu Beginn. Meditation ist ein super Stützrad und du bekommst ein Gefühl dafür. Ich habe letztens mit einem guten Freund telefoniert. Der hat gesagt, Patrick, du kennst das ja, wenn du meditierst, so nach 5 bis 8 Minuten kommst du in diesen Raum. Und jeder, der meditiert, falls du meditierst und es kennst, schreib gerne mal hier in die Kommentare. Das ist ein sehr spannendes Sozialexperiment. Aber die meisten Meditierenden kennen das. Man verbindet sich mit etwas Höheres oder alles wird auf einmal leichter und so weiter. Wenn man das eine Zeit lang geübt hat, dann etabliert sich das und das ist toll. Aber es wäre ja toll, wenn das den ganzen Tag wäre und nicht nur in den 20 Minuten, wenn ich meditiere. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Denn wenn du wirklich die Get the most out of it, das ist das meiste, aus deiner Meditation rausholen möchtest, dann leg deinen Fokus weniger weg, weniger auf die Meditation, sondern mehr auf die Achtsamkeit jeden Tag. Achte auf deine Atmung. Das ist etwas, was dich dein Leben lang begleiten wird durch alle Gefühlszustände von deinem ersten bis zu deinem letzten Atemzug. Atme bewusst, denke bewusst, handle bewusst, gehe bewusst, mache alles bewusst. Und dann wirst du Ergebnisse erzielen, die ein Witz dagegen sind, wohin dich aktuell Meditation gebracht hat. Und Meditation ist seit Jahrtausenden im fernasiatischen Raum gehypt ohne Ende. Und es war schon immer da quasi. Auch Jesus hat quasi davon gesprochen. Es ist wirklich nichts Neues, aber bei uns hier in der Leistungsgesellschaft ist es jetzt im 21. Jahrhundert gerade angekommen. Wird mega gepusht und wird mega overhyped und nicht zu Unrecht. Es ist Mittel zum Zweck. Also es erfüllt seinen Zweck. Es hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Meditation ist wundervoll. Nur für den größten Effekt sei den ganzen Tag achtsam und nicht nur 15 bis 20 Minuten, die du dir freischaffelst. Das war's mit diesem Video. Wenn du das spannend fandst oder denkst, Mensch, das ist ein interessanter Ansatz, habe ich so noch nicht gehört. Abonnier gerne den Kanal. Lass einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Adios. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.